Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 27. Episode auf unserem Mew Reardor 1.10 Server. Letzte Woche Freitag war es soweit, der dritte Teil des Q&A Specials ist angelaufen und ihr konntet sehen, wie ich hier an der Tree Farm einiges geändert habe. Da ich die Änderung euch nochmal kurz erklären möchte, habe ich mir gedacht, machen wir das direkt zu Beginn dieser Episode. Ich bin sicher, dass einige von euch unter den letzten Videos schon Feedback zu diesen zwei Special-Wochen dargelassen haben. Auf dieses kann ich aber nicht eingehen, denn wenn du jetzt gerade dieses Video schaust, bin ich im Urlaub. Um genau zu sein, ist es jetzt ungefähr Ende August und ich werde mich ungefähr für zwei, drei Wochen jetzt in den Urlaub begeben, dort keine Videos produzieren. Also sind alle Videos, die du letzte Woche und die Videos, die du noch diese Woche sehen wirst, vorproduziert. Sobald ich wieder da bin, werde ich auch wieder auf euer Feedback eingehen und dann versuchen, dort eure Fragen zu beantworten. Nichtsdestotrotz müsste ich jetzt erstmal erklären, was sich hier an der Baum-Farm geändert hat. Und zwar habe ich hier einiges am Timing umgestellt. Zuallererst, das konnte man auch gut im Video sehen, habe ich erstmal alle Spawn-Bereiche, wo wir auch spawnen können, mit Half-Slaps ausgekleidet. Das ist einfach nur dazu da, dass wir hier im Perimeter keinen Leistungsverlust haben, denn so wird sonst die Spawn-Rate betroffen sein. Dadurch, dass hier jetzt alles abgedeckt ist, ich das ein paar Nächte lang beobachtet habe und hier keinerlei Monster gespawnt ist, kann man durchaus davon ausgehen, dass diese Farm ziemlich Monster-Spawn-Proof ist. Das nächste größere Problem konnte man im Zeitraffer, glaube ich, auch sehr, sehr gut sehen. Und zwar war es im ersten Abschnitt, wo die Farm lief, ist das Problem aufgetreten, dass, wenn man die Farm so 5, 6 TNT-Durchgänge hintereinander benutzt hat, dass das Holz sich irgendwie bis hier vorne aufgestaut hat, dass TNT dann nicht mehr runtergefallen ist, beziehungsweise nicht mehr runterfallen konnte, sondern einfach auf dem Holz gelandet ist und dann zu weit oben explodiert ist und somit wieder etwas von der Redstone-Technik kaputt gemacht hat. Das hieß für mich, das Timing ist irgendwie nicht richtig. Natürlich wurde das wahrscheinlich von im Mango im Tutorial getestet. Eventuell kann es doch gut sein, dass ich hier irgendwo einen Fehler gemacht habe oder dass einfach nicht jeder Baum erkannt wird und somit habe ich mich hingesetzt und kurz überlegt, was ich machen konnte und da wir hier einen Timer haben, der 18 Blöcke drinne hatte, konnten wir davon ausgehen, dass alle 36 Blöcke, beziehungsweise alle 36 Bäume, ein TNT-Block runterfällt. Dieses Timing habe ich jetzt geändert. Wir haben jetzt 12 Blöcke hier vorne im Counter drinne, das heißt, alle 24 gewachsenen Bäume fällt jetzt ein TNT-Block runter und zerstört das Holz. Das klappt soweit ganz gut, das konnte man dann auch im nächsten Zeitraffer des Zeitraffer, beziehungsweise des Q&A-Videos sehen und dort hat die Farm dann wirklich ohne Probleme gelaufen. Ich habe die jetzt ungefähr zwei, drei Stunden laufen lassen und mit dieser TNT-Einstellung ist die Farm bei mir ganz gut gefahren. Natürlich werden jetzt manche sagen, dass der Trade von einem TNT für abgebaute Holzblöcke nicht mehr positiv ist, beziehungsweise die Farm einfach mehr TNT braucht. Das ist für mich aber nicht schlimm. Wir haben hier wirklich sehr, 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 sehr viel Gunpowder. Sand ist auch fast hier direkt in der Nähe, das hole ich dann einfach. Und dadurch, dass wir jetzt ungefähr ein Drittel mehr TNT verbrauchen, ist die Farm immer noch nicht meiner Meinung nach ineffizient. Sie produziert sehr, sehr viel Holz. Ich komme mit vier, fünf Stacks TNT ungefähr drei, vier Stunden aus und das ist schon ein ziemlich, ziemlich gutes Verhältnis. Das heißt, ich habe zwei, drei Doppelchefs fast vollgekriegt mit Holz. Da sehe ich eigentlich kein Problem. Natürlich geht das Ganze noch kosteneffizienter, so wie es eigentlich im Tutorial gewesen sein sollte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber ich denke, das ist eins der kleineren Probleme. Die Rohstoffe können wir uns auf jeden Fall leisten. Ansonsten ist noch einiges zwischen der letzten Episode passiert. Und zwar haben wir einen Skull verkauft und zwar nicht den Skeleton Skull, den wir vor einigen Folgen gefarmt hatten, sondern einen Creeper Skull. Den wollte ich ja zuallererst nicht verkaufen, aber mir wurde dann wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Angebot unterbreitet, welches ich euch jetzt zeigen möchte. Es ist soweit, es ist an der Zeit, unseren ersten Skull zu verkaufen. Ich habe den Skull einfach mal angeboten, der Skeleton Skull war leider nicht so gefragt und ich habe jetzt ein sehr, 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 sehr gutes Angebot für den Zombie Skull beziehungsweise für den Screeper Skull hier vorne gekriegt. Und ich hätte mir gedacht, komm, wir können uns sowieso wieder einen neuen machen. Deswegen verkaufe ich diesen jetzt hier einmal an Deadcraft. Und ich würde sagen, wir holen den jetzt mal hier runter. Silk Touch habe ich drauf. Ich hoffe nicht, dass er kaputt geht. Hier haben wir ihn jetzt im Inventar. Setzen dafür jetzt mal temporär hier vorne unseren anderen Skull hin. In den fahren wir uns auf jeden Fall wieder neu. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal auf einmal auf den Weg zum Nether Hub. Dort will er mir dann endlich die Bezahlung geben für diesen Skull. Ich war persönlich überrascht, wie hoch diese ausfällt. Ich habe nämlich nicht geschrieben, wie viel ich dafür haben will. Und als ich das Angebot gehört habe, habe ich mir gedacht, komm, dafür gebe ich jetzt auch meinen allerersten Creeper Skull aus der Hand. Und ich würde sagen, wenn wir uns da treffen, sehen wir uns gleich wieder. So, da ist der Deadcraft schon. Und wie es aussieht, hat er wirklich sehr, 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 sehr viele Diamanten übrig. Ich schmeiße mir jetzt einfach mal den Kopf zu. Und wir überlassen uns mal überraschen, was wir jetzt dafür als Lohn alles kriegen. Da seht ihr schon, da ist der Stack Diamanten und ein Nether Star. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Preis dafür. Und Dankeschön dafür, dass wir das Geschäft gemacht haben. Ich hoffe, du hast Spaß mit dem Sky. Und wir werden uns jetzt, denke ich mal, in irgendeiner zukünftigen Folge, beziehungsweise dazwischen, wieder ein Sky farmen. Ihr habt es gesehen, Deadcraft hat wirklich einen unglaublich guten Preis bezahlt. Ich glaube, da kann wirklich niemand Nein zu sagen. Und genau deshalb habe ich das Angebot angenommen. Ich werde mich, denke ich, nochmal irgendwann wieder hinstellen und dann hier auf dem Server nochmal ein paar Charge Creeper farmen. Das sollte alles ja kein Problem sein. Und mit 64 Diamanten und einem Nether Star kann man auf jeden Fall gut leben. Was ich heute und in nächster Episode machen möchte, ist eine weitere Farm hier zum Perimeter hinzufügen. Und zwar begeben wir uns dazu mal nach oben und gucken mal, welche Materialien wir hier im Perimeter schon automatisch farmen können, beziehungsweise welche fehlen. Ihr werdet sehen, viele fehlen nicht mehr, aber ein, zwei kleine müssen auf jeden Fall noch gebaut werden. Und diese möchte ich zeigen. Eisen ist automatisiert, Rosen sind automatisiert, Gold ist automatisiert, das werde ich euch auch nochmal in der nächsten Folge zeigen. Brot ist automatisiert, Weizen ist nicht automatisiert, dann unsere anderen drei Sachen haben wir vor einigen Folgen automatisiert. Hier unsere Melonen sind automatisiert, der Sugar Cane ist automatisiert, die Pumpkins sind automatisiert, die Kakteen sind automatisiert, Wolle ist automatisiert, jegliche Fleischsorte ist automatisiert. Das seht ihr auch einmal in der nächsten Folge. Leder ist automatisiert und die Pilze sind automatisiert. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Auch das ist alles hier automatisiert. Das sind die ganz normalen Mob Drops, die wir aus den Farmen beziehen. Und vorne haben wir im Grunde genommen nur noch die Blöcke, die wir halt durchs Abbauen dazu kriegen. Und diese kann man bis auf Cobblestone relativ schlecht automatisieren. Das heißt, ein einziges Item hat auf dieser Seite gefehlt, und zwar das Weizen. Ich weiß nicht, wer von euch meine Tutorials regelmäßig verfolgt. Eine Weizenfarm habe ich entworfen und auch schon mal in der letzten Season gebaut. Die war viel, 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 viel zu effizienter. Hat Nils und ich uns wirklich selbst übertroffen, beziehungsweise selbst überschätzt. Und genau deshalb will ich nochmal so eine Weizenfarm bauen. Nicht so Overkill wie in der letzten Season, sondern zwei, drei kleine Ebenen. Und da wir das gleiche Problem mit der Farm haben, mit der Weizenfarm haben, wie mit der Foodform haben, und zwar, dass die Villager nicht zu nah an den Iron Golems Farm sein dürfen, muss ich diese Farm auf jeden Fall auch in dieser Ecke oder in dieser Ecke hier vorne bauen. Das sollte aber alles, wie gesagt, kein Problem sein. Und bevor jemand anders hier oder da noch eine andere Farm hinsetzt, habe ich mir gedacht, machen wir das diese und nächste Folge. Ich würde sagen, ich suche mir die Materialien zusammen, suche mir einen passenden Platz, um die Weizenfarm zu bauen. Und dann starten wir gleich schon. Ich habe den richtigen Platz gefunden. Alles sollte jetzt an seiner Position sein. Und wir können gleich auch schon direkt mit dem Bau beginnen. Vom Platz her waren wir natürlich etwas eingeschränkt, dadurch, dass wir, wie gesagt, nur diese beiden Ecken hier zur Verfügung hatten. Trotz allem haben wir die Mindestgröße hier auf jeden Fall reingequetscht gekriegt, ohne dass das Ganze hier zu eng aussieht. Wir haben jetzt hier eine Größe von 18x18 Blöcken, mit der Umrandung 20x20 Blöcke. Vom Style her wird das Ganze nachher so aussehen, wie die Villager Food Farm. Ich denke mal, da wir hier zwei Villager Farmen haben, die beide übereinander gestapelt werden, sollte das optisch auf jeden Fall auch ganz gut passen. Von der Höhe her sind die sogar zufällig auf der gleichen Höhe. Somit sieht das alles noch etwas geplanter aus. Den Item-Up-Transport habe ich natürlich auch schon geregelt. Gleiches Design, wie wir das auch hier vorne mal bei unserer Pilz-Farm verwendet haben. Das gleiche Design, was wir auch hier vorne verwenden. Die klassische Dropper-Clock, dass, sobald man hier Items reintut, diese aktiviert wird und die Items so lange rausschießt, bis die hier alle im Wasserstrom gelandet sind. Die Hopper, die ihr hier oben seht, führen natürlich direkt in unsere Dropper-Clock rein. Und hier soll nachher das Schienensystem draufgehen. Ein Block wird nachher rausgucken, hier an der Seite. Das sollte aber optisch nicht allzu sehr, meiner Meinung nach, ins Auge fallen. Die Plattform, wie gesagt, 18x18 groß. Was wir jetzt machen müssen, was der etwas kompliziertere Part ist, ist es einmal, die Schienen zu verlegen. Wir zählen jetzt erstmal von hier 1, 2, 3, 4 Blöcke ab, setzen hier einen Lichtblock hin und machen das gleiche nochmal von der Seite. 1, 2, 3, 4, setzen den hier vorne hin Dann haben wir zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke Platz. Ihr müsst euch vorstellen, hier drauf wird nachher überall Wasser gesetzt. Eine Wasserquelle kann vier Felder im Umkreis jeweils nass machen. Das heißt, wenn wir hier und hier unsere Wasserquellen hinsetzen, wird unser Feld hier mit der Größe von 18x18 Blöcken auf jeden Fall optimal beleuchtet, beziehungsweise mit Wasser versorgt. Und somit brauchen wir auch nicht, ein allzu kompliziertes Schienennetz zu machen. Das mache ich jetzt erstmal, holen wir gleich nochmal ein paar Redstone Blöcke, sodass wir hier direkt die Powered Whales einsetzen können. Und dann haben wir schon den Itemtransport fertig und können dann schon theoretisch mit der ersten Erdschicht beginnen und vielleicht sogar schon die Farm heute zum Laufen kriegen. Wir sind mit dem nächsten Schritt soweit auch fertig. Das Schienenmuster ist verlegt. Ich habe auch einfach schnell mal eine Umrandung herangesetzt, die ziemlich genauso aussieht, wie die auf der anderen Seite. Das Minecart ist jetzt schon hier seine ersten Runden ohne Probleme gefahren. Hier vorne habe ich schon mal die nächsten Hopper mit nach oben genommen, sodass wir hier direkt die nächste Ebene draufsetzen müssen. Jetzt fehlt auf dieser Ebene nur noch Erde im Grunde genommen und dann können wir die Farm gleich schon in Betrieb nehmen. Bei der zweiten und dritten Ebene meine ich mich zu erinnern von früheren Projekten, dass das Problem auftreten kann, dass die Ebene nicht genügend Licht hat, dass das Weizen wachsen kann. Es können zwar glaube ich theoretisch keine Monsters spawnen, aber es wäre zu wenig Licht, deswegen müssen wir beim nächsten Schienenmuster auf der nächsten Ebene auf jeden Fall schauen, ob wir nicht noch ein paar Lampen hier an die Redstone-Punkte hinzufügen, sodass das Weizen nicht immer wieder kaputt geht. Wie die Mechanik dieser Farm funktioniert, erkläre ich gleich nochmal, wenn ich mir den Villager hierher geholt habe. Zuallererst mache ich aber mal das Feld, die Umrandung hin, denn wir müssen aufpassen, dass von hier oben keine Zombies mit Rüstung runtergesprungen kommen und nachher versuchen werden, den Villager zu töten. Ansonsten brauche ich noch ein paar Seeds, ich glaube davon haben wir nicht wirklich genug. Hier muss ich auch nochmal ganz viele sammeln, denn wir brauchen mindestens bei der Größe, denke ich mal um die 12 bis 14 Stacks, um die Farm erstmal um eine Ebene der Farm erstmal in Betrieb nehmen zu können und das ist doch schon eine ganz schöne Menge. Die besorge ich jetzt erstmal, fülle den Bereich auf, pack den ersten Villager hierhin und erkläre ich dann, wie die Mechanik dieser Farm funktioniert. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich habe jetzt einmal alles für den ersten Villager vorbereitet. Wir müssen natürlich jetzt mal Daumen drücken, dass wir hier relativ schnell einen Farmer-Villager rauskriegen. Und wir gucken mal, was wir hier als erstes haben. Keinen guten, ich denke mal, du musst jetzt, ich kann dich nicht abschießen, du musst jetzt erstmal so sterben. Und dann geht es gleich weiter. Sobald wir den ersten Farmer haben, vielleicht haben wir ihn jetzt, ja, Glück gehabt. Und jetzt schicken wir ihn gleich einmal hier vorne lang. Die Schiene muss wieder platziert werden. Und dann müssen wir als allererstes überprüfen, ob der Villager ein, das war knapp, ein leeres Inventar hat. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Darauf basiert die Farm. Das erkläre ich euch aber, wenn er jetzt gleich unten angekommen ist. Ich hoffe, ich habe nirgendwo eine Schiene vergessen. Er sollte aber jetzt hier in das Loch reinfallen. Tut er das? Ja, das sieht schon mal schlecht aus. Und jetzt ist er natürlich hier durch den Boden geglitscht, wie das die ganze Zeit mit den Villagern passiert. Das heißt, diesen supercoolen Villager können wir vergessen, denn der bringt das System durcheinander. Ich muss ihn an dieser Stelle einmal töten. Der sollte, wow, das ist ein ziemlich lustiges Spiel. Der sollte von der Hitbox auf jeden Fall hier treffbar sein. Habe ich ihn getroffen? Ja, jetzt ist er gestorben. Jetzt müssen wir nur noch das Minecut da rauskriegen. Dann suche ich uns einen zweiten Villager. Dann tue ich hier erstmal einen echten Boden hin und passe dann auf, dass der Villager ja nicht hier durch den Boden wieder durchglitscht. Zweite Farmer ist da. Hoffentlich haben wir jetzt ein wenig mehr Glück. Und ich hoffe nicht, dass er direkt hier durch den Boden glitscht. Jetzt fährt er aber erstmal hier rein, was im Grunde genommen genauso doof ist. Warum auch immer er das getan hat. Ich habe ihn nicht berührt. Das sind anscheinend die Villager. Ich kriege ihn hier raus. Jetzt haben wir dafür einen zweiten hier. Den wir jetzt erstmal da drinnen lassen. Um den kümmere ich mich später. Und jetzt gucken wir mal, dass er hier landet und nicht direkt hier durchglitscht. Das sieht schon mal besser aus als beim ersten Mal. Dann werfe ich mich einmal kurz hier hoch. Hoffe hier nicht runterzufallen. Und wenn ich jetzt die Blöcke abbaue, hoffe ich, dass wir hier nicht durch den Boden fallen. Ich mache das jetzt hier ganz, 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 ganz vorsichtig. Das sieht schon mal besser aus als beim ersten Mal. Dann befreie ich den Kollegen hier einmal aus dem Minecut. Er steht hier oben drauf. Und jetzt müssen wir zuallererst einmal überprüfen, ob sein Inventar leer ist. Das sollte er eigentlich automatisch machen, indem er einfach hier nachher Sachen hinpflanzt. Sollte er noch Sachen in seinem Inventar haben. Und dann haben wir gleich noch eine zweite Möglichkeit, die wir ausprobieren. Während wir jetzt den Villager hier beobachten, erkläre ich euch einmal kurz, wie die Farm funktionieren soll. Wir wollen ausschließlich Weizen kriegen. Das ist nicht so, wie wir das hier vorne haben. Und der hat anscheinend kein leeres Inventar. Deswegen lassen wir ihn das jetzt hier gleich einmal abpflanzen. Ich baue das immer wieder ab. Er hat anscheinend Karotten. Die sollte er natürlich am besten nicht aufnehmen. Aber die Farm soll theoretisch so ähnlich funktionieren wie hier vorne. Bloß, dass wir den Villager, der Weizen erbaut, ich glaube, das ist der hier oben. Der hat normalerweise ein leeres Inventar. Ein Villager hat acht Inventarslots. Und in dieses nimmt er dann halt Getreide auf, Weizen auf und Brot auf. Beziehungsweise craftet das Weizen zu Brot. Und diese drei Sachen befinden sich normalerweise in seinem Inventar, wenn er ein leeres Inventar hatte. So, das machen wir uns in diesem Fall hier zunutze. Dieser Villager soll gleich ein ganz leeres Inventar haben, so dass wir gleich acht Slots mit Seeds im Grunde genommen auffüllen können. Und dadurch, dass wir das Feld hier vorher nachher mit Seeds bestellen, wird der Villager immer versuchen, sobald das Weizen ausgewachsen ist, Weizen zu kriegen. Indem er dann halt unser ausgewachsenes Weizen abbaut. Aber dadurch, dass sein Inventar voll ist, kann er dieses nicht aufnehmen und es bleibt hier auf dem Boden liegen. Natürlich kommen auch immer wieder neue Seeds dazu. Die liegen immer ungefähr am gleichen Ort, so dass der Villager sein Inventar halt mit Seeds immer auffüllt. Aber kein Weizen da reinbekommt. Somit schafft es der Villager nicht, Brot zu craften. Und der Villager hat damit für Spiel kein Essen im Inventar. Das heißt, der Villager versucht immer, immer wieder Getreide abzufarmen, bis er endlich es schafft, sich Brot daraus zu machen. Und da das in dieser Farm nicht möglich sein soll, beziehungsweise nicht möglich sein wird, wird er dann immer weiter abbauen. Das Weizen wird liegen bleiben. Und das Hoppermine-Card sammelt es dann hier durch den Boden auf. Ich mache den Bereich mal hier ein wenig größer, so dass er sein Inventar hier wirklich alle machen kann. Und wenn wir das dann gleich gemacht haben, sehen wir uns wieder, indem wir wirklich überprüfen, dass alle acht Slots frei sind. Der Villager hatte jetzt ein paar Minuten Zeit, seine Sachen zu pflanzen. Das hat er nicht getan. Daher gehe ich jetzt stark davon aus, dass sein Inventar leer ist. Das können wir wie gesagt überprüfen, indem wir gleich jetzt acht Stacks Seed in sein Inventar tun. Ganz wichtig ist aber dabei, dass der eingesperrt ist, so dass er sein Inventar nicht leer pflanzen kann. Deswegen ist es schon ganz gut, dass er sich hier in der Ecke befindet. Und hier werde ich ihn jetzt einmal kurz, wenn alles funktioniert und er gleich hier stehen bleibt, dann einmauern werde. Und jetzt geben wir ihm gleich mal, wenn ich mich hier hochgebaut habe, einmal acht Stacks an Seeds. Und wenn er die wirklich alle aufnimmt, den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften und den sechsten und den achten und nimmt er die alle auf. Das sieht schon mal gut aus. Dann hatte er wirklich ein leeres Inventar gehabt. Hier lassen wir ihn jetzt erstmal drinne eingesperrt, so dass er auch nicht von Monstern getötet wird. Und dann bestellen wir jetzt das Feld einmal per Hand, so dass er auch dann halt nicht die Möglichkeit hat, sein Inventar leer zu pflanzen. Um sicherzugehen, dass wirklich acht Stacks in seinem Inventar sind, schmeiße ich jetzt nochmal ein Haufen Seeds dazu. Die nimmt er auch noch auf. Was mich gerade wundert, dann nochmal ein paar Haufen Seeds. Nimmt er die noch auf? Nein, das sieht schon mal besser aus. Nehmen wir nochmal ein paar. Ich weiß nicht, ob die ihn ganz genau treffen. Deswegen stelle ich das jetzt lieber sicher oder hat sich dort irgendwas verändert? Das sieht schon mal gut aus. Hier testen wir es nochmal. Das sieht auch schon mal gut aus. Und hier auch. Gut, die nimmt er nicht mehr auf. Das heißt, sein Inventar ist definitiv voll. Und ich werde jetzt das Feld schnell hier einmal künstlich bepflanzen und dann sehen wir gleich schon, ob die Farm theoretisch läuft. Nach kurzen technischen Schwierigkeiten geht es jetzt hier endlich weiter. Der Server ist gerade für mehrere Stunden abgestürzt. Wir hatten einige Probleme. Manuel und Freddy waren so nett, um das Ganze hier wieder zu beheben. Und jetzt kann die Folge endlich weitergehen. Ich habe mich vorhin hingesetzt, jetzt nochmal die zweite Etage hier drauf gesetzt. Denn folgendes Problem ist aufgetreten. Das Ganze hatte ich vorhin schon vermutet. Und zwar hatte ich gesagt, dass wir genügend Licht brauchen, dass Weizen wachsen kann. Und das war hier nicht der Fall. Ganz besonders hier vorne in der Ecke. Hier wurde das Ganze nochmal überdacht von der Plattform hier oben. Und somit ist das Weizen immer wieder kaputt gegangen. Damit diese Farm einwandfrei läuft, müssen wie gesagt alle Felder einmal vorgepflanzt werden. Das habe ich gemacht. Ich habe ausreichend Lichtquellen hier hingesetzt und gleichzeitig noch über ein paar Redstone Lamps. Diese können wir nachher wieder fürs nächste Schienenmuster verwenden. Vom Design her konntet ihr das gerade von der Seite hier sehen. Optisch gefällt mir es noch nicht ganz so gut, wie zum Beispiel dieses Design. Ich denke mal, dass sich die Glasscheiben hier an der Seite durch ganz normale Stonebricks ersetzen wird. Dann so kriegt es auf jeden Fall nochmal eine deutlich definiertere Struktur. Das Minecraft da unten dreht fröhlich seine Runden. Stoppt nicht. Das jetzt schon seit ungefähr anderthalb Stunden. Somit sollte das auch ohne Probleme funktionieren. Der Villager ist immer noch gefangen. Getreide habe ich überall hingepflanzt. Das können wir jetzt auch hier sehen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz vorsichtig hier rein. Lassen den Villager frei. Hoffen, dass er wirklich nichts mehr im Inventar hatte. Ich habe das überprüft. 16 Karotten sind halt dabei rausgekommen. Und hier über diese Wasserlöcher habe ich jetzt nochmal Glas gesetzt. Das gleiche hatte ich auch in der Zwischenzeit noch hier auf der anderen Seite gemacht. Dann manchmal ist es passiert, dass selbst dieser, dass hier unsere Seerose dafür gesorgt hat, dass die Villager hier drinne festgehangen sind. Das wollte ich verhindern. Deswegen ist hier jetzt überall Glas drauf. Der kann jetzt hier theoretisch nicht mehr direkt rüber tracken und laufen. Aber das sollte kein Problem sein. Auf der anderen Seite hier vorne funktioniert das auch ohne Probleme. Ich würde sagen, wir nehmen uns die Schaufel und befreien unseren kleinen Sklaven einmal. Er sollte jetzt auch hier fleißig arbeiten. Und wir gucken mal, ob er das Getreide aufnimmt oder ob es liegen bleibt. Aber es sieht gut aus. Das Getreide bleibt hier an dieser Stelle schon mal liegen und sollte gleich auch vom Hopper-Minecart aufgesammelt werden. Ich gehe jetzt hier lieber einmal raus. Das Glas hatte ich wieder hingesetzt. Und dann gucken wir mal kurz in einem kleinen Zeitraffer, wie und ob das Ganze so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ihr habt es gesehen, die Farm läuft ohne Probleme. Der Villager ist hier fleißig am abbauen und wenn wir ganz genau hingucken, sehen wir auch, dass das Getreide liegen bleibt und die Weizensamen teils aufgesammelt werden, dann immer, wenn der Villager ein Weizen verbraucht. Ansonsten werden die auch vom Minecraft mit aufgesammelt. Auch seht ihr, dass die Farm sehr, sehr effizient ist. Mit jeder Runde kommen eine ganz schöne Menge Items hier zusammen, die dann auch letztendlich nach oben transportiert werden und somit ist selbst eine Ebene, die kleinstmögliche Ebene mit einer Größe von 18x18 Blöcken hier wirklich schon eine sehr, sehr effiziente Farm. Ich denke mal, dass wir jetzt im Verlauf der nächsten Folgen hier nochmal eine zweite und eine dritte Ebene draufsetzen. Eine vierte Ebene, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich denke mal, mit drei Ebenen fahren wir von der Effizienz her auf jeden Fall schon mal super gut. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir jetzt schon die erste Ebene vollendet haben, dass wir auch ganz, ganz viele Seeds kriegen. Die brauche ich, wie gesagt, nachher für alle Ebenen und dann muss ich mich nicht wieder hinstellen und das Ganze mit der Nano-Farm zusammensuchen. Ja, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. In zwei Tagen geht es dann weiter mit der Fertigstellung der Farm. Ich denke mal, dass wir hier an der Front auf jeden Fall auch nochmal ein schickeres Design versuchen hinzubekommen. Genau wie die Seiten hier ein wenig zu verändern. Das ist aber alles Musik. für die Folge in zwei Tagen. Ansonsten ist es das jetzt schon, glaube ich, die vorletzte Folge, die ich hier vorproduziere. Die nächste Folge, die in zwei Tagen kommt, ist dann auch die Abschluss-SMP-Folge der zwei besonderen Wochen, wo halt jeden Wochentag eine Folge kam. Morgen gibt es ein Tutorial, dann nochmal eine SMP-Folge und dann nochmal ein Tutorial und dann sind wir auch durch. Ich bin aus dem Urlaub zurück, werde dann wieder Livestream und dann wieder für euch aktuell die Videos produzieren und auch etwas mehr auf eure Kommentare eingehen. Dazu hatte ich halt, wie gesagt, jetzt nicht die Möglichkeit. Das soll es dann auch fürs Video von heute gewesen sein. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und ansonsten sehen wir uns sicherlich in zwei Tagen wieder zur nächsten SMP-Folge.